Ich dachte, du kommst heute mal normal spät. Bei den ganzen Überstunden kannst du im Sommer acht Wochen freimachen. Wer will ausbezahlen? Jetzt sag mal, was ist das denn hier? Ein Rezept deiner Mutter. Meiner Mutter? Ich hatte Lust zu gucken. Aha. Sag mal. Ja? Deine Mutter hat dir nicht erzählt, dass sie noch den Stubenwagen auf dem Boden zu stehen hat? Stubenwagen. Hier, an dem du als Baby gelegen hast. Ja, weiß nicht. Brauchst du den? Naja. Vielleicht brauchen wir den. Wir sind bald zu dritt. Mann, Jackie. Und Sie? Wo sind Sie zu Hause? Anfang. Hier alle Leute total eloquent und schnell und kam mir immer so vor, als wäre ich so langsam einfach. Und das vermisse ich schon. Also manchmal so ein Heimatgefühl, was ich hier auch habe, aber anders. Und das Gigowal Zerfaatestein. jewel, das ist alles Garnisch was. Okay. Ich DAMM es. Ich weiß nicht. Und das vermisse ich mich. Ich muss быть. Ich liebe dich. Kann du vergessen?